Um Go-Fish zu spielen, gib jedem Spieler fünf Karten. Die übrigen Karten bleiben verdeckt in einem Stapel auf dem Tisch. Jeder Spieler darf seine Karten anschauen, sie aber nicht den anderen Spielern zeigen. Das Ziel des Spiels ist es, so viele Kartensets wie möglich zu erhalten. Ein Set besteht aus allen Farben eines Ranges, beispielsweise alle vier Asse oder alle vier Damen. Die Spieler können nacheinander ihre Mitspieler befragen, ob sie eine bestimmte Karte besitzen. Wenn Jane beispielsweise zwei Buben auf der Hand hat, kann sie Cindy fragen, ob sie einen Buben hat. Diese muss ihren Buben an Jane abgeben, wenn sie tatsächlich einen hat. Hat Cindy jedoch keinen Buben, dann sagt sie Go-Fish und Jane zieht eine Karte vom Stapel. Wenn alle Karten aus dem Stapel gezogen wurden, gewinnt der Spieler mit den meisten Kartensets. Das ist die Karte vom Stapel. Vielen Dank.